Ja, Show Me a Good Time ist ein Abend, das ist ein Stück über das Durchhalten, über Distanz und über Versuche von Gemeinschaft und ein Abend über leere Theater. Zwölf Stunden lang im Livestream muss jeweils eine Performerin ein Performer in einem leeren Theater ausharren. Die anderen schwärmen aus, um in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Zeitzonen zu versuchen, diese Person zu unterstützen. Sie halten Kontakt per Live-Video und das Stück entwickelt sich durch Improvisation, durch zufällige Begegnungen in einem streng getakteten Repertoire von Aufgaben und kleinen Ritualen, etwa dem gemeinsamen Lachen zu jeder halben Stunde. Vereindruckend ist, wie in dieser Arbeit Kunst und Quatsch, wie persönliches und politisches koexistieren dürfen und wie sie sich auch gegenseitig bedingen, ohne Angst vor dem Scheitern, ohne Angst vor Peinlichkeiten. Im alltäglichen Suchen und Finden gobswot die großen Themen unserer Zeit und unseres Pandemie-Jahres. Die Themen Krankheit, Einsamkeit, Tod, Solidarität, die Frage nach dem Wert der eigenen Arbeit, Einsamkeit. Das hatten wir schon. Die Klimakatastrophe, die Erinnerungskultur und natürlich die Zukunft des Theaters. Die Performerinnen nehmen uns mit ins Ungewisse und sie entwickeln überraschende, komische und auch bittere Einsichten über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Wie nebenbei entsteht hier eine neue Kunstform auf der Höhe der Corona-Zeit. Show me a good time ist beglückendes Distanztheater, das mit großer Leichtigkeit analog und digital verbindet. Die Performerinnen nehmen uns mit ins Ungewisse und sie entwickeln überraschende, komische und auch bittere Einsichten über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Wie nebenbei entsteht hier eine neue Kunstform auf der Höhe der Corona-Zeit.